Ferner ist drittens noch zu entscheiden, ob die Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH und die Kernkraftwerke Krümmel GmbH und Co-Oragol überhaupt Verfassungsbeschwerde einlegen können. Die Befugnis zur Erhebung steht nur den Trägern von Grundrechten zu. Das sind in der Regel allein Privatpersonen. Dem Staat kommt kein Grundrechtsschutz zu. Im Gegenteil wird er auf die Einhaltung der Grundrechte verpflichtet, denn sie sollen Bürger und Gesellschaft gerade vor Ausufer und der Staatsmacht schützen. Die Befugnis zur Erhebung steht nur den Trägern von Grundrechten zu. Das sind in der Regel allein Privatpersonen. Dem Staat kommt kein Grundrechtsschutz zu. Im Gegenteil wird er auf die Einhaltung der Grundrechte verpflichtet, denn sie sollen Bürger und Gesellschaft gerade vor Ausufer und der Staatsmacht schützen. Die Befugnis zur Erhebung steht nur den Trägern von Grundrechten zu. Das sind in der Regel allein Privatpersonen. Dem Staat kommt kein Grundrechtsschutz zu. Im Gegenteil wird er auf die Einhaltung der Grundrechte verpflichtet, denn sie sollen Bürger und Gesellschaft gerade vor Ausufer und der Staatsmacht schützen.